Willkommen ihr State of Survival Interessierten, wundert euch nicht über meine angeschlagene Stimme, momentan durch das gute Wetter fliegt wieder viel in der Luft rum und die Allergie macht sich bemerkbar. In diesem Video möchte ich meine Meinung mal etwas kritisch gegenüber dem Spiel äußern und zwar geht es um die starke Differenz zwischen Geld ausgeben und kein Geld ausgeben. Ich bin jetzt 1300 Tage hier in dem Spiel schon unterwegs, bald 4 Jahre und ich habe die ein oder andere Entwicklung schon mitgemacht und ich möchte jetzt mal Revue passieren lassen, was hier nach und nach passiert ist und dann jetzt auch nochmal darauf eingehen, wie es aus meiner Sicht nicht fair ist, wenn man 3 Jahre lang hintereinander Truppen baut und die dann mit einer Rallye einfach mal komplett zerstört werden können. Das ist ein Kriegsspiel, ja darauf muss man sich gefasst machen und ich verstehe auch, dass die Entwickler irgendwie ein bisschen was verdienen wollen, dass man Anreize setzen muss, um hier dann noch den Spielspaß für die Leute, die Geld ausgeben, irgendwie oben erhalten zu können. Aber guckt euch mal hier alleine die Truppenanzahl an, das war mein stärkster Marsch, der drin ist und ich wurde einfach mal mit einem Ratio von 1 zu 10, also der Truppenanzahl, weggemäht mit der ersten Rallye. Das hat viele Ursachen, das gucken wir uns gleich mal an, vor allem durch die aus meiner Sicht falschen Gewichtung auf das Ungeheuer und wo jetzt ja der Dino noch mit reingekommen ist. Das hat aber schon angefangen mit dem Flugzeug. Wenn wir uns hier nämlich mal angucken, ich habe den Fokus hier auf Infanterie gesetzt. Er hat hier fast 5 Millionen Infanterietruppen, ja gut nicht T12, aber ansatzweise jetzt hier weggemäht. Also die Balance mäßig ist das aus meiner Sicht etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich möchte euch hier nochmal ein, zwei Kampfberichte von damals zeigen, gleich in dem Video. Hier mal so ein Beispiel von 2020, also vor drei Jahren, wo ich natürlich auch mal klein war, für die, die jetzt hier frisch dabei sind. Früher gab es auch keine Flugzeuge, hier gab es noch nicht mal Medaillen richtig freigeschaltet, das ist nach und nach gekommen. Hier wurde ich, damals habe ich in dem Account hier noch kein Geld ausgegeben, ihr seht es hier mit einer Rallye angegriffen, wurde verstärkt, das waren also nicht meine Stats, aber wenn man das mal vergleicht, waren die Werte noch halbwegs gleich und man konnte da noch gegen anstehen. Also da gab es jetzt nicht, wenn hier die Rallye gejoint war, früher sah das hier noch so ein bisschen anders aus, da gab es eben noch keine Flugzeuge oder so, da hattest du eigentlich nur Truppen und die Werte und die Fähigkeiten von dem Angreifer haben gezählt, also hier seine Helden. Jetzt ist es aber so, wenn wir einfach hier nochmal eine angucken, das war die zweite Rallye, wo ich verstärkt wurde, wo auch 7 Millionen Truppen dann flöten gegangen sind, haben halt viel mehr Faktoren hier noch jetzt eine Rolle gespielt. Also die Fähigkeiten der Helden, hier Olli ist ja auch mega overpowered, wenn man den hier maxed hat, der haut ordentlich Infanterie weg, dann gibt es aber den Ungeheuer und selbst mit einem starken Ungeheuer, also ein starker Spieler hat mich jetzt hier verstärkt, aber dadurch, dass in dieser Rallye halt so viele andere starke Spieler, man sieht es an den Zahlen hier, ich würde mal so vermuten, alles ab Ungeheuer Level 120 ist ein eindeutiges Indiz, dass hier Geld drin steckt und ihr seht es hier, ich wurde halt verstärkt, das ist hier mein Free-to-Play-Affe Level 100. Wenn einfach 2, 3 mehr davon da drin sind, dann ist man einfach komplett geliefert, das geht dann weiter mit den Transportern, hier ist mein Free-to-Pay-Heli gegenüber Pay-to-Win-Helies und das ist ja nicht nur einer, sondern dadurch, dass jetzt auch andere Werte von den Joinern zählen, ist dieses Verhältnis halt komplett verschoben, das heißt es gleich beim Bunkerkampf oder wenn ihr Hauptstadtenschlacht macht, es zählen immer mehr die Joiner. Wenn ihr schwache Joiner habt oder eben Leute, die schwach sind beim Verstärken, dann könnt ihr es komplett vergessen, wenn es halt 2, 3 gibt, die einfach massig an Kohle hier reinballern. Wir gucken nochmal bei den Truppen rein, ihr seht es, ich habe bei der Falle fleißig mitgespielt, ich bin wirklich jeden Tag aktiv und versuche so gut es geht mitzumachen. Ich habe hier also auch meine Fähigkeiten freigeschaltet, aber auch das hat nichts gebracht, denn wenn wir jetzt hier nämlich die Kristallforschung nochmal anschauen, habe ich natürlich noch nicht freigeschaltet, hier ist es freigeschaltet, hier ist es freigeschaltet, hier ist es freigeschaltet, dann ist man einfach Kanonenfotter und das ist schon, klar, forzieren muss man schon sagen, gebe ich auch zu, ein bisschen Mimimi, aber mein Account ist ja nicht mal Free2Play, das muss man ja auch dazu halten. Ich habe vor einem Jahr ungefähr aufgehört Geld auszugeben, hier ging in die Ausrüstung rein oder in die Plasma-Kerne, ich bin jetzt bald Plasma 10 nach knapp 4 Jahren, ich habe mich vorher konzentriert hier auf die Forschung, also die Plasma-Forschung habe ich jetzt hier fast fertig und mein nächster Plan ist auf Plasma 10 hochzugehen, weil ich jetzt die Kerne jetzt endlich hier mal zusammen habe, ich warte noch auf ein Event, wo ich das benutze, aber also ich bin ein aktiver Spieler, ich würde sagen einige tausend Euro stecken in dem Account, seit dem letzten Jahr nicht mehr und ihr seht halt, wenn ihr aufhört Geld auszugeben, kommt eine neue Helden-Generation, kommt ein neues Affe-Flugzeug, was auch immer raus, dann seid ihr direkt unten durch und könnt nicht mehr mithalten. Was halt das Deprimierende ist, diese Truppen, ja sie sind noch einige im Krankenhaus hier, die haben ja zum Glück das Krankenhaus jetzt leicht erweitert, da sind jetzt 577 drin, dann sind ja auch noch mal welche in der Musterung gelandet, also 2 Millionen kriege ich noch mal wieder, aber was ist mit den anderen 6-7 Millionen? Joa, also eigentlich bin ich jetzt überall nur noch Kanonenfutter und das geht natürlich nicht nur mir so, es gibt vielen anderen Spielern so, was so mir zugetragen wird, ja es schade ist und einfach auch so ein bisschen frustriert, die einerseits natürlich wollen, dass man mehr Geld ausgibt, wenn ich hier jetzt irgendwelche Pakete angeboten kriege, wo ordentlich Flugzeugteile drin sind, puh, ja, aber ich muss sagen, irgendwie am Anfang lief das alles noch einfacher, die Kampfmechanik war noch einfacher und ja, es war aus meiner Sicht irgendwie auch ausbalanciert, wenn ihr mal guckt, mein allererster Kampfbericht, den ich hier hatte, da war ich bei PND, da hatte ich hier 25 Millionen Kampfkraft, das war 2019, also ich bin ja fast so lange dabei, wie das Spiel rausgekommen ist, da ging dann halt noch mal sowas, da hat mich ja Andrea angegriffen, die hatte hier schon Medi freigeschaltet, ich nicht, aber sowas konnte ich dann als Free2Play-Spieler hier damals auch noch gut halten, ne, die Werte waren ungefähr gleich, man konnte dann auch gut mitkommen, aber im Laufe der Zeit ist diese Spanne halt echt weit auseinandergegangen und da muss ich sagen, puh, das nimmt einem irgendwie doch ein bisschen den Spielspaß, oder? Wie seht ihr das? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr ja so von dieser ganzen Spieleentwicklung haltet. Die Frage stellt sich für mich so ein bisschen jetzt, wie geht es mit meinem Account weiter? Ich habe für mich beschlossen, ich werde diesem Spiel nicht mehr so viel Zeit geben, weil einfach ich auch gesehen habe, egal wie viel Zeit jemand reinsteckt, jeden Tag die täglichen Missionen hier und sowas macht, es reicht nicht aus, um mitzuhalten und mein Schluss ist, die Anmeldesträne hier werde ich wahrscheinlich nicht mehr halten. Ich bin nächste Woche erst mal ein paar Tage im Urlaub und dann kann es sein, dass ich hier nicht mehr so aktiv bin. Ich hoffe, es entwickelt sich noch ein bisschen was, dass irgendwie ein paar neue Sachen einführen. So richtig große Hoffnung habe ich dafür leider nicht. Sind wir ehrlich, hätte ich diesen YouTube Account nicht, hätte ich mit diesem Spiel wahrscheinlich schon vor einer ganzen Weile aufgehört, aber ihr seid da. Ich sehe, wie ihr meine Videos feiert, wie ihr mir Daumen gebt, wie ihr mir Kommentare schreibt. Ich habe auch selbst Spaß daran, Videos zu machen, Leuten Sachen zu erklären. Community Arbeit, so ein bisschen, das ist ja meine Freizeit und deswegen gibt es hier diesen Kanal überhaupt. Deswegen mache ich hier noch Videos. Ich werde also mit dem Spiel jetzt hier nicht komplett aufhören, aber die Regelmäßigkeit, wie häufig es hier Videos gibt und was ich hier Neues biete, die werde ich zurückfahren, weil ich einfach ein bisschen Prioritäten setzen muss und ich habe jetzt für mich gemerkt, dieses Spiel ist es momentan nicht mehr. Wenn ihr ein Spiele Tipp habt, wo das Ganze ein bisschen ausgeglichener ist, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und dann wäre ja vielleicht so eine Idee, dass wir als meine Community, wenn man es nennen soll, 2000 Abonnenten, dafür vielen Dank, dass ihr meine Videos hier jetzt nach überall die zwei Jahre schon schaut. Könnten wir überlegen, ob wir vielleicht gemeinsam in einem neuen Spiel komplett neu anfangen als Deutsche Allianz oder so und dann uns austauschen können, weil das finde ich ja wirklich wichtig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum dieses Spiel, glaube ich, erfolgreich ist, weil man als Allianz sehr stark sich austauscht, zusammenspielt, Wetherworld und so. Ich kann ja gar nicht sagen, dass das Spiel jetzt, dass mir das nicht gefällt. Also ich habe es ja ewig gespielt, kann ich ja nicht anders sagen. Ihr seht ja die anderen Videos, aber vielleicht kann man so ein Community-Projekt irgendwie mal starten, dass wir dann zusammen irgendwas Neues nochmal anfangen. Das finde ich ganz cool. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da auch Bock drauf hättet, dass wir mal zusammen vielleicht was Neues starten. Also das war es erstmal zu diesem Video. Wisst ihr Bescheid, dass jetzt nächste Zeit vielleicht nicht mehr so viel Content kommt. Wir gucken einfach mal, wie es sich ergibt. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, wann immer ihr das Video guckt. Bis bald, ihr Lieben. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Weg jetzt hier unterstützt habt. Ich habe ja auch ganz klein angefangen vor zweieinhalb Jahren mit dem YouTube-Kanal mit Videos machen und ich finde, dafür habe ich mich schon ganz gut entwickelt. Ihr seid natürlich auch einer der Gründe dafür, dass ich hier weiter Videos mache. Dafür nochmal vielen Dank, ihr Lieben. So, das war ein bisschen ein improvisiertes Video, aber musste auch mal sein. Bis bald. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.